Naja, naja, wie, ich kann den so nicht, ah, ich muss die Winde lösen, ich wusste doch, da war was, so, verlade den einfach, dann, klemmen wir den guten mal hier ein, so, schön festquetschen, dann passiert wohl auch nichts, hoffe ich, außer, dass ich den Bandit ganz umschmeiße, das wäre natürlich auch möglich.